Die Geschichte heißt, der Name der Geschichte ist die Sage, die Sage, die Sage, die Sage, die Sage von König Midas. Midas ist ein Name. Ja? Die Sage von König Midas. Es war einmal ein König. Hier ist der König. Eine große Krone. Das ist die Krone vom König. Zwei Augen, die Nase und der Mund. Vielleicht hat er Haare. So, das ist der König. König kriegt ein Bart. Das ist König Midas. Es war einmal ein König. Er hieß Midas. König Midas. König Midas war sehr reich. König Midas war sehr reich. Er war sehr reich. Alle Stifte funktionieren nicht. Was ist hier los? König Midas war sehr reich. König Midas hatte viel Gold. König Midas hatte sehr, 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 sehr viel Gold. Gold. Er hatte sehr, sehr, sehr viel Gold. König Midas liebte Gold. Er liebte Gold über alles. König Midas liebte sein Gold. Und er hatte sehr, 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 sehr viel, viel Gold. Ja? König Midas war ein guter König. Er war ein guter König. Aber König Midas war auch gierig. Er war sehr gierig. Und König Midas wollte mehr Gold. Mehr Gold. Mehr, 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 mehr Gold. Er wollte mehr Gold. Er wollte alles Gold der Welt. Alles in der Welt. Alles in der Welt. Die Welt... Hier ist der Most Gold in the World. In the Garden. Er wollte, dass die Welt... On Earth. Ja, er wollte alles Gold. All the Gold in the World. Richtig, sehr gut. Er wollte alles Gold der Welt. Nein. Aber er war... Er war so gierig. Ja? Er wollte alles Gold der Welt. Und er sagte immer, ich liebe Gold. Ich liebe Gold. Ich will mehr Gold. Ich will viel mehr Gold. Ich will... Ich will... Ich will mehr Gold. Ich will mehr Gold. Ich will mehr Gold. Eines Tages rief... Hey! Rief König Midas einen Gott. Er rief... A God. Einen Gott. A God. A God. Der Gott... Ein griechischer Gott. Ja? Der Gott... Von Heaven. ... hieß... Dionysos. A dinosaur? Dionysos. Das ist der Name des Gottes. So. König Midas rief... Dionysos! Oh, der Gott. Dionysos! Ich habe einen Wunsch. A wish. A wish. What? Wunsch. Just. Wunsch. I want to walk in. Ja. Ich habe einen Wunsch. Das ist richtig, ja. Habt ihr das alle gech gamers? Ja? Ja. Ich habe einen Wunsch. Dionysos kam zu König Midas und Dionysos sagte... I know my wife this time. Gut. Ich gebe dir einen Wunsch. Ich erfülle dir einen Wunsch. Ich erfülle dir einen Wunsch. Aber, König Midas, einen Wunsch. Nur einen. Nicht zwei, nicht drei. Einen Wunsch. Denke gut. Denke, was ist ein guter Wunsch, König Midas? Und König Midas war so gierig. König Midas wollte alles Gold der Welt. Und König Midas sagte, ich will, nicht mehr Gold, ich will, dass alles, was meine Hand berührt, berührt, wird zu Gold. Ich will, dass... Ich will, dass alles zu Gold wird. Zu Gold wird ist... Das habt ihr gerade gesagt. Ich will, dass alles zu Gold wird, was ich berühre. Berühre ist touch, ja? Ich will, dass alles zu Gold wird, was ich berühre. Dionysus schüttelte den Kopf. Dionysus sagte, König Midas, das ist kein guter Wunsch. Midas, das ist ein dummer Wunsch. It's a dumb... it's a dumb wish. Ja, das ist ein dummer Wunsch. Der Wunsch ist nicht gut, König Midas. Denke nach. Das ist keine gute Idee. Aber Dionysus sagte, das ist mein einziger Wunsch. König Midas. Es ist mein... Es ist... You said God. Mein... Oh, entschuldige, der König Midas natürlich. Es ist mein einziger Wunsch. This is my first wish. My only wish. My only wish. Das ist mein einziger Wunsch. Ich will, dass alles zu Gold wird, was ich berühre. Dionysus schüttelte den Kopf und sagte, Gut, wenn das dein einziger Wunsch ist, werde ich den Wunsch erfüllen. Aber, Midas, du wirst nicht glücklich. Das ist keine gute Idee. Aber, Midas, geh schlafen. Geh ins Bett und morgen, morgen wird alles zu Gold, was du berührst. Ja? Geh ins Bett und schlaf und am nächsten Tag, morgen, ja? Morgen wird alles zu Gold. Morgen. Echt? Ja? Morgen. Morgen wird alles zu Gold. König Midas war super glücklich. So glücklich. Hurra! Ja? König Midas ging ins Bett. Ja? Er ging ins Bett mit seiner Krone. Er ging ins Bett und schlief. Er schlief und am nächsten Morgen, am nächsten Tag, das ist jetzt am Morgen, ist in the morning. Am Morgen, so vielleicht um 8 Uhr, wachte König Midas auf. Er wachte auf, er schlief nicht mehr. Er wachte auf und König Midas war sehr glücklich. Und König Midas hatte am Bett einen kleinen Tisch. Eben. Und auf dem kleinen Tisch war eine Lampe. Richtig. Eine Lampe. Hier. Und König Midas nahm die Hand und berührte die Lampe. Und die Lampe wurde zu Gold. König Midas war nicht super glücklich. Der war super, 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 super glücklich. Sehr super glücklich. Der grinste von Ohr zu Ohr, ja? Hihi. Hurra! Hihi. Und König Midas berührte den Tisch. Bing! Und der Tisch wurde zu Gold. König Midas war so glücklich und König Midas lief durch den Palast. Ein König lebt in einem Palast. Outside? No. He made a Palast. Er ist in einem Palast. Er ist in einem Palast. So, das ist ein Palast, ja? Bing! Und König Midas lebt in dem Palast. Ein König lebt nicht in einem Haus. Ein König lebt in einem großen Palast. Und König Midas lief durch den Palast und berührte alles. Er berührte den Boden. Bing! Er wurde zu Gold. Er berührte die Tür. Bing! Die Tür wurde zu Gold. Er berührte die Wand. Und Bing! Die Wand wurde zu Gold. König Midas war so glücklich. Dann hatte König Midas Hunger. Hungry. Und König Midas ging in die Küche. In der Küche ist Essen, ja? Er ging in die Küche und er setzte sich auf den Stuhl und er wollte Essen, ja? Und König Midas rief einen Diener zu. Ist der was? Schönen, richtig, sehr gut. Er rief einen Diener zu. Und er sagt, Diener, bring mir ein Hühnchen. No. Ein Hühnchen? Chicken. Richtig. Bring mir ein Hühnchen. Das ist ein Hühnchen. Chicken. Richtig. Und der Diener sagte, ja, mein König. Und der Diener brachte König Midas ein Hühnchen. Und König Midas sagte, hm, lecker. Ich esse mein Hühnchen. Und König Midas streckte die Hand aus. Das wird kommen Gold. Er rührte das Hühnchen und Gold. Bing. Das Hühnchen wurde zu Gold. Oh oh. König Midas war ein bisschen weniger glücklich. König Midas dachte, was esse ich? König Midas wollte einen, sagen wir, einen Apfel essen, ja? Und er nahm eine Gabel. Wenn du tust dir. Das ist teilweise eine Idee. Eine Gabel. In den Apfel. Eine Gabel. Und er nahm den Apfel. Aber die Gabel ist Gold. Richtig. Die Gabel ist Gold. Du hast recht. Die Gabel wird Gold. Bing. Er nahm den Apfel an die Lippen. Und als die Lippen den Apfel berührten, wurde der Apfel auch zu Gold. Oh, der war zu Gold. König Midas war jetzt nicht mehr so glücklich. König Midas hatte Hunger. Er saß am Tisch und da war nichts glücklich. Da kam durch die Tür König Midas. König Midas. König Midas war traurig. War ein bisschen traurig. Ja? Ja? Und König Midas wollte den Hund streicheln. Oh, ja? Huh. Da. 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 König Medas streckte die Hand aus, hörte den Hund und... Das ist nicht das Ende, das ist nicht das Ende, es ist nicht das Ende, es ist nicht das Ende. König, nein, das ist das Beste. König Medas war jetzt, oh Gott, sehr, sehr, sehr traurig. Er weinte, oh mein Hund, er weinte. König Medas schrie, ah, auch, nein! König Medas! König Medas! König Medas rannte aus dem Palast und König Medas rief, Dionysus! Dionysus! Hilf mir! Hilfe mir! Richtig! Hilf mir! Und Dionysus kam. Dionysus sagte, König Medas, ich habe gesagt, das ist kein guter Wunsch. Das ist keine gute Idee. Du hast nicht gehört. Du dachtest, oh, es ist eine gute Idee. Du warst gierig. Aber, König Medas, ich gebe dir eine zweite Chance. Ich gebe dir eine zweite Chance. König Medas, geh in den Fluss. Was bedeutet das Fluss? Was bedeutet das Fluss? Das ist ein Fluss. River, river. Water. Richtig! Der Nil ist ein Fluss. Ja? Der Mississippi ist ein Fluss. A river. Ja? König Medas, geh in den Fluss und schwimm tief in den Fluss. Schwimm bis... He committed suicide. Nein! He committed suicide. He committed suicide. He committed suicide to die. Schwimm im Fluss bis zum Grund. Das ist der Grund. Und ground. 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 Und underground. Ground. Okay. Won't it turn to... Don't get... Nein. Schwimm. Schwimm. Schwimm im Fluss bis zum Grund. But that's not... Dionysus sagte, Midas, wenn du aus dem Fluss, wenn du vom Grund aus dem Fluss raus kommst, ist alles wieder gut. All is normal. I mean, all is good. Midas sagte, danke, danke. Danke, Dionysus. Und Midas sprang in den Fluss. When he went there, all turned gold and then he dead. Nein! 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 Und Midas schwamm bis zum Grund und kam wieder hoch. Und Midas ging aus dem Fluss und am Fluss lagen Steine. Stone. Und Midas war nervös. Midas. Never了. Never. агa... Und Midas berührte einen Stein und... No! 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 Der Stein wurde nicht zu Gold. Midas war so glücklich. Er war so glücklich. Er hatte eine zweite Chance. Midas war so glücklich, er weinte vor Glück. Er war so glücklich. Und? Das Ende. Yeah! Yeah! Ja! Alles, alles rollt, ging weg. Und Midas nahm seinen Hund. Und Midas ging in den Wald. Er ging nicht in den Palast. Er ging in den Wald. Und Midas baute... Wisst ihr noch, was baute ist? Wind. Richtig. Er baute eine kleine, kleine, kleine Hütte im Wald. A dog house. Ein bisschen größer. Er baute eine Hütte für sich, für den König und für den Hund. Und er nahm kein Gold mit in die Hütte. Er nahm kein Geld. Keine Euros oder keine Dollar. Ja? Er nahm kein Geld mit in die Hütte. König Midas war jetzt arm. Arm ist nicht reich. Arm. Er hat kein Geld. Poor, poor. Poor, poor. The castle was really warm? Eine Hütte. Oh, he didn't go to the castle. Nein, er ging nicht wieder in den Palast. Er ging, er baute eine kleine Hütte und er hatte kein Gold, aber er hatte seinen Hund. König Midas wollte kein Gold, aber König Midas war sehr, 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 sehr glücklich. Er hat sich die Hütte und erinnert. Das ist ein Billige. Ein Billige. Wir sind ein Billige. Vielen Dank.